An dieser Stelle gibt es einen geilen Revolver, hier auch nochmal danke an alle Abonnenten, die mir geholfen haben und die Stelle gezeigt haben. Ich zoome mal kurz raus, das ist hier unten in New Austin, zoome nochmal rein, zack und die Leute im Chat haben gesagt, es lohnt sich wirklich den Revolver zu holen, hier ist so eine kleine Höhle, hier geht es so hoch, zack einfach rein und hier ist eine Truhe, aufmachen. Oh, okay, der schaut echt nice aus. Okay, Leute, danke, danke für den Hinweis. Ja, gönnen dir, wenn du schon das Spiel durchgespielt hast, kannst du ja hier hingelangen. Hier gibt es sogar noch einige Fotografien, krass. Na komm, gib mir den fucking Revolver endlich. Ah, ich muss ihn auf L1 nehmen, okay. Boah, den will ich jetzt mal auschecken. Hey, Leute, danke. Okay, der ist wirklich nice. Ich guck mal kurz. Alter Schwede, ist er krank. Okay, so schaut er aus. Das sind die Werte. Okay, der ist ja wirklich einer der Besten. Nice. Denk auch dran, den Kanal zu abonnieren, wir haben hier wirklich alles gemacht, wir haben alle Herausforderungen gemacht. Wir gehen auf die 100% zu und wir sehen uns in den weiteren Videos. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020